Herzlich willkommen beim Toiletten-Talk. Hier ist die Frauentoilette. Da gehen wir mal gleich rein. Schauen wir mal nach, was es hier zu erleben gibt. So. Herzlich willkommen beim Toiletten-Talk. Rein in die Kutestube, Türchen zu. Und da seht ihr mich. Typisch Frauen, immer Klobrille oben. Kann ich gar nicht haben. Machen wir mal runter. Hier ist ein Radio. Wunderbar. Interessiert keinen. Spiegel, Schminkzeug. Ja, und jetzt kann man hier ein bisschen rumgucken. Man sieht die beschissene Toilette. Hier auf Holz. Ganz toll. Eine Dusche. Interessiert keinen. Ist das hier ein Schrank. Und natürlich jede beschissene Frauentoilette braucht eine riesige Badewanne und eine Waschmaschine, damit man zwischendrin mal was waschen kann. Ist natürlich total toll. Muss man unbedingt haben. Ja, so winzig ist das hier. Lass man schon einmal rum. Hier ist noch ein Schrank. Rims, Krams. Kann man sich kaum im Kreis drehen. Ist doch scheiße einfach so ein Toiletten-Talk. So ein kleines.